Dadurch, dass ich bei einem Unternehmen in der Produktion gearbeitet habe, habe ich selber für mich festgestellt, dass ein technischer Beruf genau das Richtige für mich wäre und ja, ich würde jedem anderen Mädchen oder jeder anderen Frau empfehlen, auf jeden Fall mal in so einen Beruf reinzuschauen. Die Max-Alts-Schule hat als gewerbliche, berufliche Schule ein großes Interesse daran, junge Frauen für Technik zu begeistern. Deshalb haben wir schon im Jahr 2007 ein Schulprojekt ins Leben gerufen, MINT für Frauen. Die HTW Berlin hat einen ganz besonderen Studiengang, das ist der Studiengang Informatik und Wirtschaft und das Besondere ist, es ist ein Frauenstudiengang. Dieser Studiengang ist extrem praxisorientiert, das heißt, die Studentinnen haben bis zu elf Mal im Verlauf des Curriculums die Chance, mit konkreten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Eine Besonderheit bei uns im Studiengang ist in jedem Fall die offene Kommunikation unter den Kommilitoninnen. Ich habe mich für das Informatikstudium entschieden, weil ich es faszinierend finde, wie die Dinge alle vernetzt sind. Und ich möchte das verstehen, ich möchte meinen Teil dazu beitragen können, einfach, ja, also wirklich wissen, wie es geht. Der Studiengang ist extrem erfolgreich, weil die Abbruchquoten geringer sind als in anderen Studiengängen.